hallo und herzlich willkommen zu heute mal ein video aufgenommen und heute spielen wir swarty go ist auch ein neues spiel gerade ist rausgekommen auf ios probieren wir es gerade mal new game nennen wir den save new game so ok das ist ein jump and run ja ich fang an für den herren sofort das ist ja schon wesentlich flüssiger ja da ist ein shop da ist ein shop da kann sein da muss nach oben gehen oder nicht das ist eine schildkröte oder nein also dann schauen wir mal da ist ein schwert du kannst ein schwert scheinbar mitnehmen wow das heilige schwert wow das heilige schwert wow ja 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 hey so schauen wir mal swarty go oh nice ja die grashalme sind tot warte komm ich auch erstmal da hinten drüber genau da in diesem wald muss er wohl sein oh 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 die spinne schleicht darum und der herr sofort lässt sich von der spinne trotzdem noch töten naja töten nicht aber so das hat diesmal besser geklappt Gibt es auch einen Doppeljump? Ne? Das ist kein Doppeljump. Das ist der Doppeljump. Ne? Manchmal hilft es auch, was zu lesen. Ne, warte mal was? Du musst den Jump Button länger runter gedrückt halten. So. Halt auch länger gedrückt. Länger gedrückt halten. Kannst du von einer Wand zur anderen springen? Ja, das habe ich ja versucht. So wie ein Star Wars, weißt du? Ja, geht das? Ne. Probieren wir mal. Ne? Ok. Geh mal bitte runter. Ich glaube, du kannst wahrscheinlich in den Shop rein. Wahrscheinlich musst du in den Shop auch was holen. Ah ne, da geht es ja noch weiter. Da geht es ja noch weiter. So. Ist so. Aha. Ja. Oh, und da ist er. Nein. Ich habe immer gedacht, das wäre der Meister. Dabei ist es Werbung für irgendein anderes Spiel. Jawoll. Da ist er, der Meister. Toll. Ja. Das ist so schlecht. Ja, sorry. Das war jetzt. Uiuiui. Okay. Und da liegt er. Das ist der Meister. Da ist der Meister. Oh nein, was ist hier passiert? Ist alles okay mit ihr? Nein, er liegt nur einfach so da rum. Er schläft nur ein bisschen. Es ist nur breathing. Er atmet nicht mehr. Irgendwas muss ihn angegriffen haben. Er hat wohl irgendwie eine Notiz. Ach, wenn du das liest, muss ich wohl schon tot sein. Okay. Also, die Korrupten sind wieder zurückgekommen. Sie haben ihn bis dahin verfolgt und da gab es nichts mehr, was er dagegen tun konnte. Du bist der Einzige, der sie jetzt noch besiegen kann. Ja, derjenige, der sich von der Spinne fast töten lässt. Go back to the village and find the village shelter. Also, muss jetzt zurück in die Ortschaft und muss dort den Ältesten suchen. Und hast jetzt einen Blitz scheinbar bekommen. Magic Bolt. Oh, was ist da los? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Erde bebt. Die Erde bebt. Oh. Ja, geh mal da hoch. Geh mal da hoch. Oh. Oh. so kann man jemanden auch relativ schnell in den ort wieder zurückbringen einfach abschießen ja einfach abschießen und dann also ja er wurde gefunden genau und da bist du dann auch schon bei dem ältesten wenn du wieder verletzt wirst kannst du dorthin gehen also kannst du erzählen was da in den wäldern passiert ist die die korrupten sind zurück ja es ist viel passiert in den letzten wochen so straßen sind nicht mehr sicher gleich dran und leute meines gilt sind jetzt vorbei da ist eine legendäre waffe ok ich muss das schwert finden jetzt muss das funktioniert hier so 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 und so springt man und so schlägt man was soll ich denn da look at the map tap to enter ich kann den shop rein kann ich jetzt in dem shop irgendwas kaufen hallo verkauft alles ja hallo heute spielen wir das spiel shoppen shoppen jetzt bin ich bei der person ja so jetzt bin ich ich glaube ich kann ja auch kaputt machen ich kann das auch kaputt machen ich kann die kaputt machen alles kaputt machen 21 xp ich guck mal was wie ich die spiel kaputt gemacht wenn ich das hier kaputt mache guck mal da unten drunter ist was kaputt machen toll hinsetzen hast du hast du das gesehen hast du das gesehen kommt der da einfach toll das war keine pflanze da waren monster darunter dieses monster hat sich gleich genannt ja guck mal wie toll hoch das sie vorsichtig kommt wieder irgendwas aus der pflanze kommt bestimmt auch wieder was raus für die pflanze 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 ich bin aber gleich zack wieder wieder so wieder so okay dann muss ich alles viel später sagen so jetzt hörte ich die erste spinne ich mach lieber mal hier meinst du wirklich scherz ja du hast jetzt vier herzen du hast die spinne bei mir gar nicht bekämpft du bist doch nicht mal runter gesprungen jetzt bist du runter gesprungen bevor du schaden von der spinne bekommst du bist so schlecht der der sich von der spinne kennenlässt Moment ich bin nicht tot ja ich bin nicht tot du bist nicht tot Du hast dich jetzt zerstört. Jetzt gerade. Du stehst jetzt auf dem Felsen. Jetzt springst du erst runter. Jetzt bist du bei der ersten Spinne. Hast die erste Spinne jetzt besiegt. Die zweite Spinne jetzt besiegt. Und jetzt gehst du weiter und bist jetzt gerade erst bei der Palme. So, und versuchst da gerade hoch zu springen. So, hast du mir noch nicht geschafft. Jetzt bist du oben. Alter, dieses Drecksvieh. Oh, der erschreckt mich jedes Mal voll hier. Was mache ich denn? Jetzt, du hast die Box noch nicht mal bei mir. Du hast nicht mal die Box bei mir. Jetzt hast du sie erst. Jetzt hast du sie hingelegt. Jetzt bist du gesprungen. Warum? Hä? 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 Was? Hä? Ich habe gedacht, hier kann ich auch. Press the use button while standing close to box to lift it. Ja, und dann? Das weiß ich. Das habe ich schon verstanden. Und dann, was mache ich dann mit der Box, wenn ich die geliftet habe? Ja, runter schmeißen den Tod. In den Abgrund. In den Abgrund. Oh, ich kann sogar mit der Box springen. Ey, wow. Alter. Bist du stark. Das ist mega. Ah, hier muss es hinmachen, um dann da hochzukommen. So, und jetzt muss ich auch passen wegen der Kacken Spinne. Zack. Ich bin jetzt bei 11 Minuten angekommen, ne? Nach dem Level? Weißt du. Ja, ja. Erstmal muss ich dieses Level Weiß schon schaffen. Und jetzt... Alter. So, und, 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 zack. Alter, schon wieder eine Spinne. Zack, 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 zack. Und hier ist wahrscheinlich wieder irgendwas drunter. Ich habe dich gar nicht getötet. So, ähm. Das ist wieder so ein komisches Vieh. Zack, zack, zack. Ist dahinter irgendwas? Zack, zack. Nein. Aber da. Zack, zack, zack. Bam. Ähm. Weil da unten geht es auch noch weiter. Zack, zack. Oh, aber ich muss jetzt gucken. Muss ich jetzt oben erstmal schauen oder muss ich unten schauen? Wo muss ich als erstes gucken? Irgendwie bin ich jetzt ein bisschen irritiert. Alter! Ich lasse mich jedes Mal wieder von diesem... Mist, wie... Nein, da bin ich noch nicht runter. ich will das mal holen da geht es auch weiter oben oder unten jetzt so hoch oder runter hoch oder und da ist die nächste werbung von monster safari so ok alter was mache ich denn so jetzt muss ich das gibt es nicht was mache ich denn das gibt es doch nicht ich bin doch eben gerade ich war doch eben gerade oben ich war eben gerade oben und bin ich raste so jetzt kriegst du so von mir den frack von da hinten ist noch mal so ein scheißvieh das ist doch wieder so ein scheißvieh das herz verloren ja so ja und ich hab den was gold ich hab also ich glaube ich bin jetzt mehr ich muss auch mal ein bisschen hier mehr auf angriff gehen angriff durch trifft so ähnlich hallo und damit herzlich willkommen nein das gibt es doch nicht sind die schon wieder da jetzt oder was ich mache jede pflanze jetzt kaputt jede pflanze ich töte jede pflanze irgendwann mal wieder fahren gehen ich hasse pflanzen so dass auch wieder was sagt gleich ich töte ich töte alle pflanzen tap to enter soll ich da reingehen soll ich mal reingehen ja gehen wir da rein und jetzt geht man nicht kann ich noch nicht schreien so ok aber gleich da ich habe es geschafft und alter ich habe die ist schon tot wieso lebten die länge weil ich nicht genug angriff habe so da habe ich schon wieder dieses viel irgendwann muss ich es doch mal erkennen das sagt gerade der richtige warte mal warte mal bevor ich da ich gehe jetzt mal hier rein da ist bestimmt irgendwas zu holen tap to enter oder ferrimandshaus so das ist von dem fährmann wir sind viel zu getraten also the monsters they stole my precious ways can you get it for me i can help you over the river so also gut ergleich das ist alles verzögert du liest einfach komplett alles vor dann musst du vorlesen du klickst es zu bei mir zu schnell sind weg das ist das problem weißt du bei der verzögerung musst du du musst jetzt kommentieren ok er gleich schlägt er gleich haut pflanzen und spinnen vor allem spinnen und pflanzen da ist die das ein ich mag ihn echt spinnen ich weiß gar nicht was du hast du machst du auch spinnen oder ja ich finde sie nicht schlimm da ist der turm also ich würde es jetzt nicht unglaublich gerne als haustier oder so also eine vogelspinne oder so aber normale spinnen habe ich nicht einen schlüssel habe ich nicht einen schlüssel gehabt wie komme ich jetzt ins inventar muss da rein komme ich ins inventar da oben links oben links da ich hatte doch einen schlüssel nö ich habe doch einen schlüssel vorhin bekommen doch ich habe vorhin habe ich doch einen schlüssel geholt dann musst du ihn nicht ausstellen ja und wie kriege ich den jetzt äh wenn ich die auskomme mhm kann das jetzt nicht wahr sein ich habe doch einen schlüssel gehabt nein schon wieder diese scheiße spinne was weiß du noch nicht wann ich spinne gleich ist so cool alter ich faste aus aber ich habe doch den schlüssel gehabt vorhin die verlassen so die hat dich lieb du darfst jetzt den ganzen Weg zurückrennen herrn sammler ich habe den schlüssel vorhin gehabt ja vorhin vor 5 jahren nein ich habe den schlüssel vorhin gehabt dann hast du ihn verloren tap to enter das ist da da geht natürlich nichts alter ich habe den schlüssel vorhin gehabt ich war doch in dieser truhe gewesen und da habe ich schon einen schlüssel bekommen wo ist dein schlüssel jetzt hin ne das ist jetzt nicht wahr das ist jetzt einfach nicht wahr ich dreh durch warum so da würde ich mal sagen während dem ich hier den schlüssel suche sagen wir jetzt mal tschüss sagen wir jetzt mal tschüss und bis zum nächsten mal das war's war die go tschüss da oben war der schlüssel drin tschüss 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 tschüss